Moin Leute, heute geht es um Afonopelma Semani und zwar hatte der Vogelspinnfreund bei Facebook geschrieben Hey, ich habe eine Afonopelma Semani mir zugelegt, zeigt doch mal eure Terrarien. Ich habe hier eine Art 30er Würfel und dann ging schon die Diskussion los. Wir kennen das, Afonopelma Semani, Erde, 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 Erde. Wie viel Erde braucht man letztendlich? Wie funktioniert es? Ich habe ein Tier sitzen, was nicht auf 1,50 Meter Erde sitzt. Ja, das zeige ich euch gleich. Möchte dennoch vorher mal ein paar Worte dazu loswerden. Ich würde sagen, wir sprechen kurz drüber und dann gucken wir einfach mal rein. Also bis gleich. Bei Afonopelma Semani ist immer wieder das gleiche Spiel. Ja, also Erde, 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 Erde satt. Am besten Haplotank. Haplotank ist ein Terrarium, googelt das einfach. Also ich erkläre es mit einem einfachen Wort. Es ist ein baumbewohnendes Terrarium quasi auf den Rücken gedreht. Ich glaube, so ist das ursprünglich mal entstanden. Ja, so in etwa. Oder jegliche Art von Terrarium eigentlich auf den Rücken gedreht. Das heißt, diese Schiebescheibe, die hat man oben halt so als Deckel genommen, muss die natürlich extra sichern. Und man hatte den Vorteil, dass man oben Erde reinpackt, bis zu 40 Zentimeter dann kleines Loch vorsticht und überlässt sich der Afonopelma Semani dann selbst. Oder neuerdings, wie ich letztens schon erwähnt habe, mit diesen Luftballons, die man da reingibt. Und dann hat man eine Röhre vorgegeben. Ich habe eine Afonopelma Semani, nicht hier vor Ort, sondern in meiner Heimatregion quasi. Die sitzt da noch. Das ist ein noch nicht ganz so altes Tier. Aber die sitzt da in einer Action-Dose. Und die ist wirklich randvoll mit Erde. Und da sitzt sie drin. Da habe ich sie beobachtet. Die zieht bald hierher. Und dann zeige ich sie euch. Ich habe mein altes Tier quasi in einem Terrarium, was auch bis zu 30 Zentimeter in der Höhe hat, habe da unwahrscheinlich viel Erde reingebracht, habe aber im Laufe der Zeit dann eine Beobachtung gemacht. Und zwar einmal mit der Erde und dann einmal die Art und Bauweise von dem Terrarium mit der Afonopelma Semani drin, beziehungsweise was sie gebaut hat. Und ich hatte eine Sache dabei nicht bedacht. Und zwar, wie sehr diese Erde absagt. Also ich habe die wirklich maximal da reingebracht und habe die Höhle irgendwann oben drauf gesetzt. Habe das auch soweit alles angedrückt. Aber je nachdem, wie man diese Erde andrückt, sackt es dann nochmal ab. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, sondern gehen einfach jetzt mal an das Terrarium und werfen mal einen Blick rein. Und dann könnt ihr gerne mit Steinen werfen oder sagen, hey, halte ich ähnlich. Und ich sage dann auch noch was zu dieser Höhle, die sie gegraben hatte. Die ist nämlich wirklich nicht sehr kurz. Also es geht immer darum, dass sie lange Höhlen graben. Und da schauen wir uns mal an. Ich skizziere euch das dann mal. Also lassen wir mal einen Blick drauf werfen. So, das ist das Terrarium meiner Afonopelma Simani. Einer meiner Afonopelma Simani. Ihr seht hier gar nicht so viel. Nur ich möchte euch mal zeigen, also das Terrarium ist eins in der 30er Höhe. Und ich wollte immer wieder dem Boden nachgeben. Man sieht ungefähr da hinten, ungefähr so auf der Höhe, dass bis dahin die Erde ging. Wirklich angehäuft. Diese Erde, die hier drin ist, ist nicht die Schildkrötenerde, sondern noch die Erde, die ich früher benutzt habe. Und zwar von Dragon Terroristik. Diese Erde hat irgendwie die Eigenschaft, dass tatsächlich dieses, dass die wirklich großflächig absinkt. Das ist das, was ich auch in diesem Erde Video von der Floragard Erde gesagt habe. Man muss wirklich aufpassen. Wenn man die anfeuchtet, die sackt dann ab. Und man muss immer davon ausgehen, dass man im Laufe der Zeit nochmal vielleicht Erde nachgibt. Oder man gibt gleich viel Erde nach, feuchtet die einmal ein, es wird kompakter, die Feuchtigkeit entzieht. Man hat einen kompakten Boden und dann geht es eigentlich letztendlich auch schon los. Und hier jetzt auch genau das ist passiert. Und Never Change a Running System. Also dass es gut funktioniert, will ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß, dass ich von dem einen oder anderen vielleicht in der Luft zerrissen werde. Aber wenn man sich das da hinten anschaut, diese Kante. Denn, ich weiß nicht, ob das auf dem Bild wirklich so erkennt ist. Also die Erde war signifikant höher. Und die ist hinten im Grunde genommen abgesackt. Wahrscheinlich, weil sie auch gegraben hat. Weil hier vorne das, was hier rauskommt, da ist die Höhle. Höhleneingang. Es gibt auch nur einen Höhleneingang. Und dann haben wir hier vorne quasi die Überbleibsel, die sie rausgetragen hat. Ich hatte die nämlich großzügig vorgestochen. Und sie hat das rausgetragen. Ich habe es hier vorne dann immer verteilt. Teilweise hat sie es bis nach ganz hier vorne gepackt. Dann habe ich es wieder nach hinten gepackt. Und es ist wirklich sehr kompakt geworden. Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, beziehungsweise den einen Tag, da kam das schon mal in einer Gruppe auf. Habe ich mal so einen Blick reingeworfen und habe gesagt, boah, das könntest du mal wieder richtig auffüllen. Aber bringt das Auffüllen denn jetzt etwas? Sicherlich nicht. Der Höhleneingang ist hier. Da. So, und der Höhleneingang, es ist so tief, wie es tief ist. Ich könnte jetzt quasi hier noch Erde draufpacken, dass das Ganze, ich zeige das mal vor ein bisschen weiter weg. Ich könnte jetzt hier noch Erde draufpacken, dass das bis hier oben so hier hoch geht. Wirklich in der Kante. Ja. Und ich sage euch jetzt schon, bevor irgendein Shitstorm startet. Ja, es macht sicherlich Sinn, nochmal dieses Tier in ein anderes Terrarium umzuziehen. Aber ich will euch gleich mal zeigen, was sie nämlich gemacht hat. Also, man könnte das jetzt hier anheben, könnte die Erde bis hier oben drauf machen. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, was bringt es dem Tier denn, wenn es jetzt plötzlich bis hier oben, sagen wir mal bis hier, wo die Efeutute ist, bis dahin quasi die Erde hat. Denn hat sie quasi so viel Röhre hinzugewonnen. Bringt das dem Tier letztendlich etwas? Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Aber ein interessantes, und ich versuche das jetzt mal hier mit so einer kleinen Grafik rein zu skizzieren. Dieses Tier, die Höhle, die ich vorgegeben habe, ursprünglich war deutlich höher, dadurch auch länger, durchs Absacken ist sie jetzt kürzer geworden, ist ungefähr diagonal nach hinten gegangen. Und zwar so. So, dann hat das Tier da einen Bogen rumgemacht und ist über die komplette Länge nach rechts gegangen. Und von rechts der Seite aus hat sie dann quasi hier in diesem Bereich ja so eine kleine, ja, so eine Höhle. Also, diese Höhle ist, wenn man sie jetzt nachmessen würde, ich schätze jetzt mal nach links weg, nach links oben, ungefähr so 20 Zentimeter. Dann ist sie nach rechts komplett 30 Zentimeter. Und dann kommt sie bestimmt nochmal so 15 Zentimeter nach vorne zur rechten Seite, wo ich gerade, ähm, oder wo ich es hier euch nochmal markiere. Und jetzt ist die Frage, da hat sie sich auch eingebaut, also ich könnte das Terrarium jetzt auch rausnehmen, aber ich habe Bedenken, weil der Boden gerade gut durchgetrocknet ist und ich ihn demnächst wieder wässern werde, großzügig, dann wird er wieder kompakt. Ich habe jetzt Bedenken, wenn ich jetzt das Terrarium rausnehme, dass durch die Erschütterung quasi der Tunnel so zusammenbricht. Ich möchte das einfach nicht kaputt machen, ähnlich wie zum Beispiel bei einer Avicularia oder Karibena, irgendein Baumbewohner, der was Tolles gebaut hat. Ich möchte einfach nicht, dass das kaputt geht. Und wenn ich das Terrarium nicht entfernen muss, dann würde ich es jetzt auch nicht machen und so ein Video, ne, seht es mir nach, möchte ich auch nicht. Und jetzt hat die also 20 Zentimeter in die, plus diese 30 Daumen Ecke, da sind wir großzügig, sind wir bei 50 Zentimeter und nochmal nach hier, 15 Zentimeter runter. Ja, sind wir so bei, ja, sagen wir mal 65 Zentimeter. Damit wir jetzt nicht groß spinnen und klug scheißen, sagen wir mal, ziehen wir mal diese 15 Zentimeter ab, dann hat sie hier eine Wohnröhre von ungefähr netto 50 Zentimeter. Und ich finde, das ist wirklich schon sehr ausreichend. Es geht nicht in die Tiefe, aber das, was ich halt hier in Frage stellen möchte und auch zur Diskussion freigeben möchte, muss es in die Tiefe gehen. Und was machen Tiere, die in der Wildnis ein Loch graben oder eine Höhle von einem Nager angenommen haben oder von einer anderen Spinne, weiter graben und dann plötzlich auf einen Fels, auf einen Stein treffen und da nicht weiter graben können. Das soll das Ganze nicht entschuldigen. Wir wollen immer den bestmöglichen Platz bieten. Aber ich möchte das einfach mal so zur Diskussion anregen, weil dieses mehr Erde ist eine Floskel. Da werde ich später nochmal was Einzelnes zu machen, weil mir das einfach zu flapsig ist, immer zu sagen, mehr Erde. In dem Fall, auf jeden Fall, macht es Sinn und wird sicherlich noch ergänzt in der Zukunft. Und jedem anderen, der gerade ein Terrarium einrichtet, dem sage ich auch vorher, wenn du das machst, guck mal, wie sich dein Tier verhält und gut ist. Also muss diese Röhre tatsächlich in die Tiefe sein. Dieses Tier hat jetzt im Laufe der Zeit tatsächlich über Ecken die Röhre gebaut und so ein Tunnelsystem angelegt. Ist das das Weisheitsletzter Schluss? Ich habe keine Ahnung. Sagt ihr es mir? Sagt mir eure Meinung? Ich stehe ja sehr darauf, wenn man von Erfahrung spricht und nicht irgendwelche stumpfen, dummen Literaturhinweise gibt, sondern Erfahrungen sind doch das, womit wir am besten dann auch uns austauschen können. Also ich lasse hier mich gern eines Besseren belehren. Was würdet ihr machen? So lassen, Erde aufkippen oder Tier umziehen lassen? Einfach mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten nutzt den Raum immer, den ihr habt natürlich, ja, und bereitet das ein bisschen vor, sondern locker Erde reinkippen, Spinne rein mit Kork und Pflanze und ein bisschen Gedöns. Ja, das ist das eine. Ihr werdet aber sehen, dass je nach Erde das sehr, sehr absinkt. Die Floragart-Schildkrötenerde ist davon nicht so betroffen. Die sackt auch ab, aber da hält es sich noch in Grenzen. Also so viel dazu. Schreibt mal unten rein. Mehr aufkippen, Terrarium neu machen oder so lassen. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit. Ich bin gespannt und wir sehen, lesen, hören uns wieder demnächst. » Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020